Yo Leute, ich muss jetzt ein bisschen leiser sein. Ich talke nämlich gerade mit den ganzen Leuten auf YouTube, in einem Livestream. Der Fio hat ne schöne Nase. Na, was sagst du dazu? Penus. Okay. Das stellt mich äußerst zufrieden. Das ist ja so, dass das irrigiert. Mit Marvin Wassen bin ich im Stream. Marvin, nicht träumen. Hallo, ich hab nur ein bisschen rumgeguckt. Ja. Das war's auch schon. Das war's auch schon.